Musik An drei Nachmittagen während der Herbstferien hat die Gemeinde Reinhardt im Rahmen des diesesjährigen Kinderfilmfestivals, das bereits zum 17. Mal durchgeführt wurde, drei verschiedene Filme für Kinder gezeigt. Und zwar das fliegende Klassenzimmer, Pettersson und Findus und Heidi. Das Feedback auf das Angebot im Gewölbkeller des Gemeinszentrums war sehr gut. Also ich finde, das ist ein super Angebot der Gemeinde Reinhardt. Ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Ich finde es auch toll, dass die Kinder den Nachmittag hier verbringen können. Sie können zu feiern und sie sind gut unterhalten. Es gibt auch für die Mieter eine kleine Auszeit und ich finde es wirklich toll. Auch seitens Gemeinde ist die Bilanz bestens ausgefallen. Ja, eigentlich wie alle Jahre immer gut. Die Kinder freuen sich und sind eigentlich recht dankbar, dass die Gemeinde so etwas macht. Und für die Kinder hat es nicht nur den Film gegeben. Natürlich ist es zu feiern, die Pause. Da gibt es immer von Kindern Schokolade und etwas zu trinken. Eltern waren mit diesen Anlässen nicht wirklich ein Wunsch gewesen. Sie konnten ihre Kinder bringen und später wieder holen. Und diese Mutter hat ihre Freizeit optimal genutzt. Also ich bin hier in Reinhardt shoppen. Endlich wieder einmal Zeit gefunden, um alleine Kleider zu kaufen und in Ruhe einfach einmal zu lädeln. Wo man sonst eigentlich nicht so die Möglichkeit hat, wenn man Vollzeit mit Kindern arbeitet. Genau. Und darum habe ich dann auch etwas gefunden für mich. Und auch sie ist voll des Lobes für den Anlass. Also ich finde es ein super Angebot von der Gemeinde Reinach. Sie bietet es ja dreimal an, also an drei Nachmittagen. Und leider hat meine Tochter nicht an allen drei Nachmittagen. Sie ist ziemlich schnell ausgebucht eigentlich alles, wenn man nicht rechtzeitig Tickets holt. Aber ich schätze es sehr, dieses Angebot. Meine Tochter hat Freude daran. Sie finden auch immer wieder Gespännchen hier während der Herbstferien. Und das freut sie sehr, ja. Es ist davon auszugehen, dass im nächsten Jahr eine weitere Ausgabe vom Reinacher Kinderfilmfestival auf dem Programm steht. Mit einer Vernissage am Donnerstag, 17. Oktober auf die 7 Uhr wird in der Galerie Wegstadt im Leimgruberhaus an der Schulgasse 1 die Ausstellung «Glanz und Transparenz» mit Bildern von Eric Marschall aus Basel eröffnet. Erich Marschall ist ein Meister der Transparenz und ihn faszinieren den Glanz von Oberflächen und die Lichtbrechungen bei Gläser und Büchsen. Die Ausstellung in der Galerie Wegstadt und im Gemeindehaus ist täglich offen und dauert bis am 17. November. Und an einer anderen weiteren Kunstausstellung sind im Heimatmuseum zwischen dem 18. Oktober und dem 3. November die Kunstkeramik von Esther Linke und Bilder von Reinhard Bohrer zu sehen. Auf dem beliebten Skulpturenweg im Leihwald im Gebiet Fürchten sind seit wenigen Tagen fünf weitere tolle Skulpturen zu bestaunen. Die fünf märlehaften Figuren sind jetzt Teil der mittlerweile über 60 Skulpturen, die auf dem heimeligen Weg, der über einen Kilometer lang ist, jung und alt immer wieder begeistern. Am Sonntag, 27. Oktober, gibt es einen öffentlichen Rundgang, wo auch Künstler der neuen Skulpturen anwesend sein werden. Für diesen Skulpturenweg zeichnet die Bürgergemeinde verantwortlich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020